Und wenn du es täglich mal ein bisschen praktizierst, kommst du immer schneller in diesen Frieden, in diesen Seinszustand. Und das ist einfach ein Geschenk. Bei mir war es ja wirklich so, vor meiner Krebserkrankung wusste ich gar nichts davon. In der Krebserkrankung wurde mir dieses Lichterwachensgeschenk geschenkt. Ich war im purem Sein, in purer Liebe, im purem Frieden und wusste dieser tiefe Friede, das bist du. Dieses Wissen ist nie mehr weggegangen. Ich musste es mir trotzdem in Anführungszeichen erarbeiten, obwohl ich das Wort auch nicht so mag, wieder eher meditieren oder herausfinden, wie komme ich jetzt da selber wieder hin. Und wenn ich dann manchmal wieder in diesem Frieden sein darf, weiß ich, ach, zu Hause, da bin ich wieder.